das ist dein content 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 so deine werbung was mein ich hab mir gesagt ich hab mir gesagt aber wie viel wolltest du packen wie viel hast du gepackt dankeschön ich muss irgendwo packen aber alle sagen mir wenn du barello packst alle kommen alle luft das ist sein leben das ist deine werbung das ist ein ziel die leute verstehen ihn nun nicht die leute zum lachen aber aber wir können doch lachen aber auf deine kosten ja warte mal auf meine kosten aber diese wörter ich hab ihm gesagt mein onkel will diese wörter nicht hören ich hab ihm das gesagt aus berlin wer ist denn mein onkel ist weißt du genau wer ich mein nein ich weiß nicht ich kann dir privat sagen aber wenn dein onkel nicht 40 jahre hat was du willst und was du nicht willst ich habe mit meinem onkel einen vertrag gemacht mein onkel hat mir gesagt mal zu ab heute dieser moment du darfst niemand seine mutter nicht beleidigen du darfst seine schwester nicht beleidigen sei ehrlich was hast du und vertrag unterschrieben nein ich habe den richtigen vertrag gemacht unterschrieben mit stempel alles unterschrieben mit stempel und wie viel war cash dabei sei ehrlich cash ich habe ein foto genug geld du bist du bist du bist du bist business man dich darf man nicht kurz übernehmen du muss ich muss man ich mache seit 20 jahre geschäfte und dann habe ich barello gesagt barello immer zu aber ich nehme ihn jetzt ernst und ich gehe ihn besuchen nein du darfst ihn auch nicht ernst nehmen aber ich nehme ihn jetzt ernst und ich gehe ihn besuchen du musst ihn so nehmen wie er ist ich habe ihn genommen ich habe mit ihm geredet ich habe dreimal sein gerettet guck mal nein nein ich lache nicht lache ich meine das ernst aber wie du es gesagt hast ich schwöre dir Ivo du siehst aus wie kurdische spiderman ich bin kein kurdischer ich bin ein Mann kurdischer spiderman nein 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 lass mal diese filme ich bin ein kabadai wenn ich sage ich habe dreimal sein Leben gerettet dann habe ich gerettet das weiß das war deine geschichte erzähl mir die geschichte wie du gerettet hast warum ich privat kannst du mich anrufen jeder weiß das ich habe dreimal sein Leben gerettet aber reicht irgendwann irgendwann kommt sie zu hier reicht Jan Wallah Ivo dein Herz ist zu groß Wallah Album mir Wallah Album mir Wallah ich mag Ivo du weißt mal hinter jeder Streit stand Kauin Wallah krass man wenn du vorhin stehst du dich Ivo ja Ivo sing mal ein Istian Lied ein Istian Lied Ivo das ist mein einziges Schwache ich kann nicht singen du kannst du kannst Wallah ich kann nicht singen von deinem Herz kannst du singen Wallah ich kann nicht singen Wallah ich kann nicht singen trau mich Liva Ansager Barallo von seinem von seinem von ihrem